Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute, hier geht es heute mal um die Sparvorbereitung. In genau einer Woche sollen wir losfahren nach Spar, worüber ihr auch sicherlich ein Video kriegt. Und ja, wir haben tausende Sachen, guck mal, Philipp ist da hinten mit dem Wachi unterwegs und ich hier mit dem Bus. Und wir fahren jetzt erstmal hier vorne direkt zu unserer örtlichen Waschstation, weil ich will hier einmal durchsaugen und sonst was. Und ich kann euch sagen, ey, wir haben noch andere Sorgenfälle dabei, wir müssen noch ein bisschen was Regeln besparen. Ja, ich will beim Bus hier auch noch ein, zwei Fehler suchen, aber dazu dann mehr, wenn wir hier weitergekommen sind. Bis gleich. Soll ich dir das Ritzel mitgeben einfach? Wissen wir nicht. Hatte ich hier damals noch Pani, glaube ich, ne? Ja, das kommt dir das mal rein. Ja, auf jeden Fall. So, Leute, guck mal hier. Bus ist einmal ausgesaugt gewesen, liegt schon wieder alles drin rum. Ja, Philips Typ 3 läuft bisher echt stabil. Wir waren auch nochmal unterwegs. Einmal Achse vermessen, da haben wir bei Philips Wari einmal die Achse vorne vermessen hier und so, ne? Mein Bus auch gleich nochmal raufgeschmissen. Top-Sache. Der fährt das Auto jetzt schön. Ja, und jetzt sind wir hier nämlich auch weiter in unseren Sparvorbereitungen dran. Guck mal. Ha, da steht schon wieder was. Und hier sind die Neuteile. Phil, ne? Der hat hier schon grande Malheur gehabt. Kannst du selber mal deine Mission erzählen? Na ja, also mein Motor, der da drin war und super lief, lief nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, das sieht man. Also Deckholben sollen normalerweise so aussehen. Sieht jetzt leider so aus. Das ist alles irgendwo im Motor. Da unten die ganzen Brocken drin und sowas. Also, ja, das Ding ist Schrott. So viel ist sicher. Und dann bist du los mit einem neuen Motor organisiert. Da ist das Ding. Und jetzt auch angefangen, dann hast du... Dann habe ich den einmal, weil der komplett verölt war. Dann haben wir alles auseinander, alles sauber gemacht und alles neu abgedichten. Dann habe ich die Köpfe abgenommen. Und dann habe ich gesehen, dass ein Ventil leider nicht mehr so gut ist. Wah, Fokus. Fokus ist am Start. Es ist echt ein bisschen was rausgebrannt hier, wie man sieht. Es ist kaputt, dieses Ventil. Aber auch da gar kein Problem. Waren wir direkt wieder bei Ole von Airboxer. Vielen Dank. Na, schnell eine halbe Stunde investiert, wenn überhaupt. Ah, es sieht aber auch schon alles fresh aus jetzt hier, ne? Willst du mal präsentieren? Ich weiß nicht, welcher das ist. Ja, okay. Der, ja. Und da haben wir mal eben ein neues Ventil reingezimmert. Also ein gebrauchtes neues Ventil. Der hat da noch was liegen, sagt Jungs, nimmt mal hin. Hier, die Köpfe hat viel schön waschen lassen und sowas. Das ist richtig geil. Ja, und jetzt wollen wir den Mooder mal wieder nach Fokus. Jetzt wollen wir den Mooder mal wieder komplettieren. Dass das im Optimalfall heute alles läuft, ne? Weil wie viele Tage sind noch, bis wir nach Spar fahren? Allerhöchstens fünf Tage, würde ich sagen. Heute Abend muss er laufen. Ja. Du hast auch ein paar neue Teile bestellt und sowas. Weil hier so ein Gummimangette ist gerissen und so, sagtest du? Ja, zwei Pakete sind angekommen. Yeah, yeah, yeah. Besten Dank, ihr CSP und Hackcraft. Custom Skull Quadrant Typ 3. Woo! Okay. Gut, Leute. Bis gleich. So, Leute. Jetzt hier, ne? Woo! Sind wir dran. Wir haben jetzt hier, guck mal, einmal alles sauber gemacht und sowas drumrum. Keine neuen Kolbenringe drauf oder so, ne? Eigentlich sieht alles schier aus, kann man anlässig sagen. Jetzt sollen die Köpfe rauf, ne? Die Dänger liegen hier alles vorbereitet und so. Also, das machen wir jetzt mal, wa? Dann sollen wir so Sehnen machen, wo wir die so raufschrauben, Musik hinterlegt und so. Machen wir, stellen wir irgendwo hin, das denkt man. Ja, genau so Zeitraffer-mäßig, ne? Ja, so machen wir dann. Gut, bis gleich. So, hier ist jetzt einmal Modo umgestellt und so, wie man vielleicht sieht, ne? Jetzt wird unten vorbereitet für die Stöße, Schutzrohre da und so, ne? Da ist viel dran. Ich guck mal drüben in die Pakete, dass wir für die Ölpumpe hier oben eine richtige Dichtung finden und so. Naja, müssen wir mal sehen, ne? Ich guck mal drüben. So, Leute, jetzt hier direkt die Vorbereitung weiterhin, ne? Dachgepäckträger soll runter, den will ich nicht mit nach Spar schleppen, Alter. Das finde ich mir zu viel Sprit, Alter. Und ein bisschen Endgeschwindigkeit, ne? Phil hat gerade unterwegs, ey, für den Typ 3 Öl geholt und so, ne? Boah, jetzt geht's da drinnen weiter und so. Ich muss den Dachgepäckträger jetzt noch runternehmen. Weg! üüúúúúúú, jetzt geht's ein Süß. So, Leute, guck mal, wir haben jetzt den ganzen Rumpf mittlerweile schon zusammen hier. Alle Schrauben einmal mit Drehmoment nachgezogen und so ein Kram. Ich glaube, das Bild ist gerade gut griselig irgendwie. Warte mal, ich muss mal gucken. Ja, da sind wir wieder. Bild verändert hier, ne? Der Film macht hier gerade noch den Öleinführsturz ein bisschen sauber. Und einen schönen abdechten am Motor. Das hat immer das Typ 3 Gehäuse quasi. Also, wenn ihr ein Motorgehäuse habt, was das hat, dann ist das meistens Typ 3, würde ich mal behaupten. Ja, das Ding muss rein. Wir haben jetzt hier Freidach quasi, ne? Wir müssen durchziehen, das Ding soll heute Abend noch fahren und so, ne? Also, weiter geht's. Ich denke mal Verblechung ran, Gebläsekasten rauf jetzt als nächstes und so, oder Film? Nee, als nächstes Stößel und Hebelwelle. Ja, auf jeden Fall, stimmt. Die müssen auch auf jeden Fall rein. Also, Ventile einstellen? Der ganze Kram halt, ne? Oh ja, das ist wieder warmes, ne? Zwischen was müssen wir vielleicht, wenn wir die Kipphebelwelle von der Hatten, doch mal gucken, ne? Nachher haben wir die Kipphebelwelle vertauscht von links nach rechts und hast nicht gesehen andere Motoren. Na ja, egal, wir machen weiter. So, Leute, guck mal jetzt da genau hin hier. Das ist hier auch schon wieder später. Wie lange haben wir jetzt das letzte Mal? Eine Stunde sind wir bestimmt? Zwei? Ja. Ja, zwei. Ja, guckt selber, Alter. Der Modus ist so gut wie zusammen schon wieder. Guck mal, hier sind so tolle Sachen angebaut. Diese Schläuche, Vergaser sind schon alles drauf. Hier mit der Verrohrung, Zündkabel, alles so wie das sitzen soll. Wir wissen, was mal richtig geil wäre. Nachher Schläuche so vorbefüllen und so, dann nur kurz orgelen und dann läuft der direkt, Alter. Mann, ist hier eine Zündung, oh, das ist ein Stecker nicht, oh, hier kommt Sprit nicht, oh, das ist so gut. Direkt ein Runner, ne? Ja. Ist ein Runner. Denn hier machen wir 395 jetzt eben fertig. So, Leute, guckt mal, Motor komplett vorbereitet. Wir wollen einbauen. Das ist ein guter Ding, ne? Richtig revidierten Motor haben wir hier gezaubert. In wenigen Stunden wieder, Alter. Geil, dann wird gleich gefahren, ne? Jo. Attacke! So, Leute, guckt mal hin hier. Das Aggregat hängt hier alles fertig und so. Sieht ganz sauber aus. So ein Wasserkabel da, so ein Braunes hatten wir jetzt noch. Das gab es noch nie bei mir, komischerweise. Dann soll es das nicht sein. Hier beim Gastzug mussten wir noch ein bisschen rumtricksen, da seht ihr? Da ist vorher so ein Adapter zwischen gewesen. Ja, jetzt wird hier nochmal gepeilt, ob der Öl auch gut aussieht. Ja, so nix. Ja, dann vielleicht nochmal einen Ticken rauf. Und dann hoffen wir, dass er jetzt gleich wirklich direkt zündet, ne? Also kipp mal rauf und dann lassen wir ihn laufen. Ich will ihn einfach laufen sehen, Mann. Was wird sich denn da gefreut? Naja, Leute, gleich seid ihr da. Ja, dann lass mal laufen, das Ding, Alter. Ein bisschen unsicher hier, was das Ganze angeht, ne? Ja, das würde sich noch nicht richtiger Zündung annehmen. Naja, irgendwie schon. So, Leute, das Ding lief hier auf 1. Ähm, musst du drücken. Ja, cool. Das Ding lief hier auf 1. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Zündung schön abblitzen. Also laut Gefühl ist sie schon gar nicht schlecht, aber mal gucken hier. Ja, aber das Ding ist am Start, würde ich sagen. Klappert auch nicht so hochgradig wie der andere und so. Ja, ich werde natürlich nochmal mit dem Synchron-Test da rauf. Ein bisschen Feinabstimmung, ne? Leerlauf könnte. Ja, aber er läuft eigentlich nicht mehr. Gut, bis gleich. So, Leute, Spar-Vorbereitungen gehen weiter. Phil's Auto hier rennt jetzt ganz schön, oder was? Das ist ein Logo, Alter. Ja, die sollen nachher nochmal einmal ein bisschen hier CO einstellen und so. Und Philipp hier ist auch ordentlich unterwegs. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet hier für Spar schon mal. Heißig, oder? Ja, läuft der denn? Geil hier, oder was? Ja, geil. Sieht auch schick aus. Was ist denn jetzt hier mit den Felgen? Bleibt bei Hitze drauf, oder? Erstmal ja. Besser ist es. Ja, wir fahren jetzt auf den nächsten Flohmarkt. Mal gucken, ob wir noch ein paar geile Sachen für Spar finden. Aber wir sind auf jeden Fall hier schon mal ready. Malde fehlt natürlich noch mit dem Kübel. Und dann können 800 Kilometer nach Belgien kommen, würde ich sagen. So, Leute, guck mal. Ich gehe jetzt nochmal schnell am Bus ran. Hier hinten, die Pellen, die sind mir nicht blank. Ich habe was gefunden. Hier bei uns im Alt-Reifen-Container. Die sollen da rauf, dann habe ich für Spar nämlich nochmal neue Pellen. Und auch ansonsten gehe ich den ganzen Bus nochmal durch. Check alles durch, ob wir soweit ready sind. Aber, ja, ich habe hier keine Befürchtung. Ich habe eins, zwei Sachen, die ich prüfen will auf jeden Fall. Aber erst mal Räder runter jetzt hier. So, Leute, passt mal auf jetzt. Ich habe hinten die neuen Reifen raufgezogen. Passt alles richtig gut. Ist ja auch die gleiche Reifengröße wie vor. Halt einfach nur ein bisschen mit mehr Profil. Ja, und jetzt musste ich auch direkt los, weil ich habe von Philipp einen Anruf gekriegt. Der ist liegen geblieben mit seinem Typ 3 und weiß nicht genau, was da los ist. Und bevor er da jetzt großartig alleine rumdoktor hat, bin ich jetzt gleich bei ihm. Genau. Und dann wollen wir mal sehen, was er da für Sorgen hat. Ich denke mal, bei Phil läuft alles soweit ganz gut. Mit dem habe ich heute Morgen noch kurz Kontakt gehabt. Ja, und Malte, ich glaube, der holt den Kübel echt erst Mittwochmorgen raus. Befürchte ich. Also, ja, ich biege mal vor dem Magge ab. Ja, da steht Philipp schon. Guck mal, da sehe ich den Jungen noch. Seht ihr ihn auch? Na ja, fahre ich mal ran und dann gucken wir mal, was er hat hier, wa? So, Jungs, das Ding ist wieder am Start hier, Alter. Schöne Spritpumpe da. Das überholte Ding, da tut's nicht. Jetzt kann Spar kommen, Alter. Der tuckert da wie ein Trecker vor sich hin, ne? So, Leute, guck mal hier. Große Vorbereitungszeiten. Alle da, die mitkommen wollen und so. Ja, alle haben die Autos gepackt. Hier, da, Phil, fertig. Guck mal, wir haben die große Partyzelt eingepackt für die optimale Party. Die Eiswürfelmaschine. Alles dabei, Philipp. Mit seinem Varianten, ne? Wird hier das Problemkind dieser Reise sein. Keiner wird das Problemkind sein, ne? Malte auch mit dem Kübel dabei. Und jetzt fahren wir nochmal einkaufen. Was? Das ist rausgeschnitten, Alter. Junge, ich werde angerufen von anonym. Achtung. So, Leute, wir werden fleißig einkaufen hier. Guck mal, der Wagen ist voll. Alles wird auseinanderklabüstert. Hier, die Kühlware im Bus und so, ne? Also, es kann losgehen langsam. Wir haben echt alles gepackt. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist jetzt hier auch vorbei mit dem Video, ne? Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder hier am Start wart und so, ne? Seid gespannt, wenn es für uns morgen losgeht nach Belgien. Ihr seht es natürlich eine Woche später denn erst, ne? Wir ballern 800 Kilometer eine Tour. Ob die Autos gut durchhalten. Der Wari fährt gerade erst seit einer Woche. Ja, es wird spannend, Leute. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss. Tschüss.